Hallo, ich möchte euch heute unsere Leitz Pro Isomate vorstellen. Diese hat 690 Gramm, ist 8 cm dick, hat eine integrierte Synthetik-Isolation und einen Packsack, der mitgeliefert, für schnelle Aufblasen. Diesen Pump-Bag kann man auch als Kissen verwenden. Man kann ganz einfach aufblasen. Luft reinpressen und drücken. Das macht ihr 5-10 Mal. Dann ist die Matte voll. Dann könnt ihr ganz einfach den Pump-Bag weggeben und durch das Rücklaufventil hält die Matte dicht. Die Matte verfügt über eine Isolation. Ihr könnt sie leicht um 0 Grad verwenden, also Frühling, Herbst und Sommer ist kein Problem. Wie gesagt, am Anfang könnt ihr den Pump-Bag auch als Kissen verwenden. Ihr könnt einfach eure Kleidung in den Pump-Bag geben und zusammenrollen. Dann habt ihr ein komfortables Gießen mit Matte. Entschuldigung bedinget. Die Blitzung.